Scheiße! Feuer frei! Mir kommt ja gar nichts. Okay, vielleicht doch. Komm, lade nach. Scheiße. Ach, das war der Anfang. Gut. Das war schlecht. Manu... Komm, Waffe! Gut. Das ist unsere einzige Chance, den Tod zu erreichen. Gut. Mir nach, Artyom. Bleib bloß nicht sterben! Lauf! Hallo! Los, 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 los! Einfach durchlaufen. Was hältst du davon? Okay, durchlaufen geht nicht. Okay, durchlaufen geht nicht. Ja, wir müssen mit ihm laufen. Ja, wir müssen mit ihm laufen. In Tones ist nichts. In Tones ist nichts. Nachladen! 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 Hinter dir! Aua! Aua! Wo? Edipack! Nachladen! Komm schon! Komm schon! Hallo? Hinter dir, verdammt nochmal! Los, 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 los! Ja, bloß nicht stehen... ...sagen... ...bleiben. Sagst du. Ja. Fast geschafft! Nichts besonderes halt. Deine Geschirr sind unsichtbar. Und wir schmecken noch scheiße. Halt! Scheiße! Feuer frei! Alles klar! Los, 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 los! Ja, lass mich doch nachladen. Und jetzt leise. Los. Und jetzt leise. Los. Ich glaube nicht, dass der Fahrstuhl funktioniert. Du willst doch jetzt... Nein! Ja. Gut. Ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Härterung des Gegengewichts zu lösen. Komm schon! Nein, los! Komm schon! Geh vor mir, haben sie gesagt. Das macht Spaß! Okay. Der Aufzug brachte uns zur Spitze des Sturms. Jahrzehnte wurden von hier aus Nachrichten gesendet. Aber ob die Neuigkeiten von heute gut oder schlecht sein würden, das hing nur von uns ab. Sobald wir das Light-System installiert hatten, war unser Auftrag beendet. Aber Pläne... Gehen nun mal schief. Natürlich. Macht euch bereit! Jetzt wird es heftig! Schau! Oh ja! Super! Huah! Okay, das ist Moskau. Bist du okay, Archiv? Ja, wenn nicht. Fantastisch! Roma, bitte kommen! Wir sind im Turm! Das Ziel ist von Wolken umgeben. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Gefahren höher! Gefahren höher! In Ordnung, Archiv! Jetzt müssen wir... Stirb, du Stück Scheiße! Lauf, Archiv! Ja! Weg mit dir! Wo muss ich denn hier hin? Oh mein Gott. Ich muss da durch. Nur wie? Aha. Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Komm hoch! Komm rein! Gut gemacht! Bitte kommen, Ollmann! Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt! Gehen noch weiter hoch! Wahrscheinlich nicht mehr. Schieße, Archiv! Schieße! Archiv und Mila, bitte kommen! Schieße! Schieße! Ach... 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 Bitte kommen, Ollmann! Ich... Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Archiv in Kontakt! Ende! Verstanden, Oberst! Ende! Der Laser nützt uns hier gar nichts, Ation! Die Wolken sind viel zu dicht! Du musst so hoch klettern wie du kannst und das Leitsystem einrichten! Gut! Bewegung, Junge! Jetzt fängt alles an dir! Ja, dann lass mich mal weiterlaufen! Oh! Ruckel, ruckel, ruckel! Okay! Geht's hier weiter oder hier? Da! Ja, ich geh ja schon. Ich hab ja nur das Problem mit der Orientierung. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hier. Hier kann ich auch nicht weiter. Oh mein Gott. Wie komm ich denn hier weiter? Wie komm ich denn hier weiter? Nein! Ich musste R drucken. Letzter Speicherpunkt. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt für die letzten paar Minuten so lange brauche. Oh mein Gott und meine Frameraten gerade in den Keller gehen. So, R, 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 oder? Pfff. 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 Erstmal die mitnehmen. Pfff. 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 Sorry.